Jou, 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 Jou und herzlich willkommen zu Splatoon 2, meine lieben Freunde, diesmal wieder im Sandman Run und wir haben hier nichts anderes zu tun, der gute Cedric und ich, der Chor, der ist schon schlafen gegangen, ich mein, wir haben jetzt auch schon wieder 2 Uhr morgens und irgendwie können wir wieder mal nicht schlafen, na? So ne Lusche. So ne Lusche, echt, man. Nur echte Männer sind jetzt zum Zoll noch wach. So, nichts zu gebrauchen. Ähm, ich werd nochmal schnell einen Schluck trinken, weil ansonsten bin ich gleich wieder hoffnungslos verloren. Du kannst ja ein bisschen was erzählen, was uns jetzt beim Splatfest erwartet. Hm, Splatfest. Naja, Mario gegen Ketchup. Team Ketchup gewinnt. Auf jeden Fall. Ja, so muss man sein, so muss man sein. Also entscheidet euch für Ketchup und ihr habt uns hier gleich schon fast safe. Und ja, ansonsten, äh, fast wird uns erwarten. Offenlich spannende Kämpfe. Ansonsten ist ja eigentlich an sich ein ganz normaler, stinknormaler Standardkampf. Nur, dass es diesmal, äh, verbesserte Punkte gibt. Dann ist mal so, es gibt da auch Ränge. Ja, so Fan und Ultra-Fan und keine Ahnung was da alles. Und glorreicher Fan und ja, auf jeden Fall, da muss man ordentlich komplett sammeln. Ach du Scheiße. Und hier ist schon gleich Eier. Ich glaube, den haben wir schon zerlegt. Einfach alle meinsammeln. Ja, bringt ihr die Eier weg. Ich mach hier mal Salmon-Beef. Ja. Ja, ansonsten gibt es auch nicht sehr viel mehr. Das ist eigentlich ein stinknormaler Standardkampf nur in Splatfest-Style. Doch, vielleicht doch erwähnenswert ist, dass die Maps leicht verändert sind. Ah, ganz leicht, ne? Ja, vom Aussehen her natürlich, nur, nicht vom Aufbau. So, okay. Aber anscheinend scheinen wir diesmal fähige Assistenten hier dabei zu haben. Richtig, richtig. Und nicht so ein unfähiges Werk wie gestern. Obwohl, das ist ja auch erst die erste Runde, ne? Malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. So, die scheiße Almini. So, wo ist der? Lass es geschminkt. Bam. Bam, bam. Ein von hinten, dude. Ein von hinten, dude. Von hinten, dude. Come on, dude. Ihr könnt euch den Schnappen, ich bringe das Ei weg. Habt ihr ihn? Ja, und jetzt sollten wir uns mal mit dem Sniper kommen. Ich geh schon. Ja, die Salamis, Alter. Die BPs. Sind die schon wieder da? Muss ein Sniper, Alter. Naja, das ist ja der ganz hinten. Naja, das trinkt sowieso nichts mehr. Das ist eh futsch. Ich hab ihn schon kalt gemacht. Den wollte ich mir noch gönnen, den Typen. Komm zurück zu Papa! Aber erst Runde und dann schon so viele Eier. Geht vollkommen okay. Ich hab den Ultra-Blaster, Alter. Äh, ich hab jetzt den Eimer. Ah, du hast jetzt den Eimer? Mhm. Ich hasse den Eimer ja, wie die Pest, ne? Ich find den gut. Der ist sehr gut. In Sniperer-Mode hab ich den meisten der Pestzeiten hingelegt. Echt? Tatsächlich, ja. Okay, ich bräuchte ihn immer mit dem Spaß. Beutlichkeit und... Ja, 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 ja. So, die Eier sind fertig zum Abholen. Sie sind auf dem Gold-Tablette serviert. Ja. Ich mein, ich muss nur sagen, ich hab mich jetzt in einem Tag auch schon ganz gut verbessert, ne? Na klar, Übung macht den Meister. Ja, ich mein, wenn man bedenkt, wie lange ich jetzt aus Splatoon raus war, ne? Ah, du Kacke. Ich übernehme den da hinten. Ja, verdammt. So, bam. Die Eier liegen hier. Okay, ich hab nur getroffen. Müssen nur abgeholt werden. Schon unterwegs. Hier sind auch normale Eier. Ja, ich kann aber nicht so viele direkt holen. Ach du Scheiße. Und jetzt noch einen auf dem Hinten? Ja, ich bin den mir gerade am snacken. Und... Ah Gott. Nein! Alter! Ich muss hier... Ich brauch auf jeden Fall Hilfe. Nein! Und wir sagen es noch, ne? Ich war gerade auf dem Weg und da wurde ich schon von so'n Grablex gesnackt, aber es wurde nicht angezeigt, dass er unter mir ist. Keine Ahnung, was das war. Das hätte ich jetzt noch für alle wieder retten können. Na ja, auf jeden Fall nicht die Runde auf jeden Fall schon mal besser wie die letzte. Und hoffentlich kriegen wir noch mehr so Dudes rein jetzt, die halt wirklich was draufhaben, ansonsten. Aber der Blaster, der ist halt, keine Ahnung, da spiel ich lieber mit dem Eimer, als wie mit dieser Blaster Shotgun. Dieser Blaster Scheiß, ne? Der schießt zwar schneller als die anderen, den habe ich nämlich auch gekauft gehabt, aber haben dann auch gedacht, ja gut, der schießt schneller, lass mal probieren. Also den kannst du fünfmal jemanden treffen mit, ja, es interessiert nicht. Ja, ist halt echt so. Das interessiert keinen. Achso, und einige fragen sich jetzt gerade, bin ich wahrscheinlich so, äh, hatte der Nero nicht irgendwie noch ein anderes Overlay? Ja, schon irgendwie, und, aber für den Salmon Run, habe ich mir gedacht, so rannehm ich den mal, weil der ist gut, der ist super, der ist geil. Ach du Kacke, äh, ernst. Ich habe hier in den Eimer. So. Der stirbt nicht, ne? Der schluckt und schluckt, äh, mit Lappen. Und das ist kuschelig, sehe ich gerade, ne? Das ist halt echt winzig, ne? Schluck, 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 schluck. Schluck, 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 schluck. Alter, diese Sniper, die verbraucht auch übelst viel, ne? Leider, ja. Aber die Sniper ist gut für solche Fettsäcke. Ja, ich hab's schon gemerkt. Die ist noch ein Fettsack. Kaum redet man von den Bastards. Ach, fuck, äh, von einem Salmini abgeklatscht, Junge. Ich bin getraum. Ja, ich auch. Nein, nein. Ich kann gar nichts machen, weil ich gerade, die Sniper ist halt, ist egal, lauft einfach nur noch. Megasick ist die. Ernsthaft, alle tot, oder was? Nein. Ernst geschafft. Könnte das Wasser bitte zurückgehen, das fände ich klasse. Nein, ist weg oben. Hä? Ist weg oben. Das ist doch... Ich hab noch die beschissenste Umge. Und dann auch noch zu so einem Kack-Point, ne? Den du überhaupt haben könntest. Shit. Alter, ich versuch zurückzusnipen. Halt, Trimmer. Ja, komm doch hoch, du Idiot. Ach, Gott, Alter, ist das wieder... Furcht! Sieht so fett, sagt. Ja, ich hab's gesehen. Gut. Wir brauchen das selber. Wo ist die Sniper? Wir müssen eigentlich nur überleben. Eigentlich schon, aber wenn wir den Fettack nicht langsam mal entziehen. So, Alter, was ist denn hier passiert? Also... Der Fettack, ihr müsst den scheiß Fettack umlegen, wenn ihr die scheiß Sniper habt. Ja, aber ich kann mit dem Blaster nichts... Ja, aber der Sniper fritzen muss das machen. Ja, es ist aber immer so, dass... Ne? Kennt das doch. Oh, endlich Boden. Und da hinten ist einer Free. Wenn ihr den Fettack fällt, musst du Bescheid sagen, ne? Ja. Ich hab die Sniper. Jo, danke. Also ich zumindest. Ja, ich... Ah, der Wurm, der Wurm. Nice. Nice. Der Pille ist hinten. So. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal mehr oder minder safe. Ich komme nicht dran. Ja, ich kümmere mich dran. Ich hab noch ein bisschen vorne hingefärbt. Sehr schön. Das ist ein Fettack. Ich muss mir jetzt noch jemanden retten. Ah, da hast du ein Fettack. Stehen wir doch nicht in den Weg hin. Vollterverheadshot. Nice. Der Fettack macht keine Probleme. Das ist jetzt allerdings ein Problem. Hier kommt eine Schlange. Ja, um die Schlange. Hab ich mich gekümmert. Die ist weg. Eier müssen nur abgeholt werden. Headshot. Bevor der Eierfot machen, Alter. Ja, ha, 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 ha. Ach, das ist schön. Jawohl, ich hab das noch abgegeben. 19 Eier, Junge. Yeah. Das ist nur nicht mal eine gute Runde. Auch wenn wir ein bisschen wenig gequatscht haben. Aber... Ja, gut. Ein bisschen Konzentration muss ja auch sein. Ja, natürlich. Aber das ist halt, glaube ich, die Zuschauer eher so... Ach, das ist halt so... Das tut mir da auch leid. Aber dann muss ich mich halt ein bisschen was konzentrieren. Und man muss auch bedenken, wir haben jetzt Viertel nach zwei morgens. Und... Da ist die Konzentration auch schon ein bisschen... muss man ehrlich dabei sagen. Ach, es geht. Also ich bin auch da... Gut, ich muss mich jetzt natürlich konzentrieren, weil ich die Snifer habe. Weil ich da richtig genau zählen musste. Aber ja. Ja, klar. Wir haben jetzt nicht geschwiegen oder so. Weil jetzt... Ne, das war einfach nur eine normale Runde, wo man sagt, okay, ist jetzt ein bisschen was ruhiger gewesen vom Quatschen her. Aber ansonsten ging es an für sich. Dafür habt ihr jetzt einen Sieg gesehen. Also... Genau. Seid vor hoch. Ich meine, ihr kriegt sowieso immer drei Runden zu sehen, mehr oder minder. Wir versuchen es halt. Aber wenn die Runde dann halt schon früher vorbei ist, ja, meine Güte ist dann so, ne. Ja, gut. Ich habe hier die Sniper. Echt? Das ist ja super. Und anscheinend wird es Nacht... Nacht-Nacht-Nacht-Nacht-Nebel-Aktion. Geil. Ich hoffe, die sind nicht wieder so schnell unterwegs. Doch, sie sind schnell. Echt? Vorsicht. Auch ja. Wo denn? Sind sie schnell? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Das hat bei mir keinen... Nein. Nein, nein, die sind langweilig. Alles gut. Wo sind die denn? Die kamen gerade vom Steg aus. Ich seh nämlich gar nichts. Und Steg aus. Sie haben da hinten Weltnis und Pisa. Echt? Ja, erledigt hier. Ja, ich seh halt echt null. Ja, hier ist auch wieder einer. Okay, ich hab ihn. Alles gut. Oh Gott, Alter. Dieses... Ding hier, ne? Irgendwo muss... Aha. Das hier ist so ein Gläuchgefühl. Ey, was? Sieh, 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 sieh. Ja, hier ist so ein Flugding. Und nicht nur das, nicht nur das. Es ist nicht nur ein Flugding. Roblox ist auch irgendwo. Alter, wir haben hier einen Sniper, Sniper, Sniper. Alter, ich sehe null. Ja, und da hat es mich weggelassen. Klatsch vom Stapler. Ich bin gerade dabei, dich zu retten. Ja, das Problem ist aber auch, hier fliegt alles drum. Ja, ich hab nur einen Sniper, Leute. Aber wir haben es geschafft. Ja, ich kann ja auch nicht mehr machen. Ja, ich kann ja auch nicht mehr machen. Jetzt sehen wir wieder was. Sehr gut. Ich finde, wenn es dunkel ist und dann... Ah, der Eimer, ey. Sehr gut, damit kannst du sehr viel einfärben. Einmal ist sehr oft mit Untertauchen. Untertauchen, springen, werfen. Also, ausschütten. Ich finde, beim Salmon Run ist der Eimer ganz geil. Wo kommen sie her? Wo kommen sie her? Wahrscheinlich von hinten. Ja, da kommen wir schon. Ja, kommen sie von da hinten. Aber... Da waren ja die anderen... Anderen Seiten auch nicht. Also, irgendwie... Vermisse ich hier gerade... Bosse. Okay. Bossgebrunnen. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Äh, genug zwei im Leben. Zwei im Leben nur noch. Ja. Müssen sie herkommen. Ja, ich bin auch schon unterwegs, hier. Sniper, Sniper neben mir. Ja, ich bin tot. Ja, ja, ich will sie jetzt. Ich habe auch ein Ei. Also, generell habe ich Eier, ne? Also, ist ja nicht so, als hätte... Oh, oh. Oh. Ich nehme rechts. Also, bei dem Typ hier, der... Ne? Der Wettertypi. Ja. Okay, oder auch nicht. Stapler war hinter mir. Alles klar. Weiß Bescheid. Ich konnte mein Ei noch abgeben. Wir haben es geschafft. Ich konnte es noch abgeben. Ja. Alter, dieser Scheiß... Dieser Scheiß-Stapler fickt mich auch noch zum Schluss in den Arsch. Was ist denn das? Ist heißer Stapler-Chor, oder was? Wir haben es... Wir haben es geschafft. Ist doch gut. Ja, aber trotzdem... Ich konnte das Scheiß-Ei abgeben. Ich habe den Tag gerettet. Alles gut. Und jetzt habe ich auch noch den Blaster, weißt du? Ich habe jetzt einen Eimer. Ist auch ganz okay. Ich wollte gerade schon sagen. Heißt der Stapler-Chor? Alles klar. Scheiße, ich bin leer. Nein! Vorsicht, Grablex. Ja. Ey, Grablex, der sagte sich gerade so... Hm, lecker Nero. Drück mich halt, drück mich halt runter, alter, was? Ich komme jetzt, um dich zu holen. Wo bist du denn? Mich hat schon jemand holt. Aber... Aber... Kassen. Wo wollen die hin? Das ist... Das ist unser... Vergiss das. Was? Wovon mich gestorben? Du müsstest eigentlich... Ich sehe nur noch. Ich sehe, ich sehe wieder. Ein, zwei Eier brauchen wir noch. Mach dich das Knappe bitte, danke. So, und... Jo. So, jetzt aber schnell. Obwohl wir haben noch 30 Sekunden alles. Eigentlich noch... Ich wollte gerade sagen. Oh, Grablex am Korb. Jetzt hat er mein... Oh, Grablex am Korb. Sollte er nochmal hochkommen, ist er tot. Er ist tot. Nee. Er hat mich gesnackt. Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Geil. Und es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Habt ihr... Also Leute, da habt ihr schon wieder einen Sieg gesehen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Lasst eine kleine Bewertung da. Ich meine, zwei von drei gewonnen ist eigentlich ganz gut. In dem Sinne, macht es gut und ciao. Sayonara.